Jo, schon willkommen zu einem neuen Video. Ja, das Video wird ein bisschen komisch. Ich habe Random Duos gespielt. Ich wollte eigentlich da ein lustiges Video machen. Aber die Person, mit der ich gespielt habe, die hatte kein Mikro und die ist auch direkt am Anfang gestorben. Und dann habe ich halt schon aufgegeben mit dem Video. Deshalb rede ich da jetzt nicht so viel. Ja, aus dem Gameplay ist dann aber doch noch was geworden. Da sind die ein oder anderen guten Pumpshots dabei. Ja, ich würde sagen, schaut euch einfach an. Das Ende war jetzt nicht so nice, wie ich gestorben bin. Es hätten easy 20 Kills werden können. Ich bin dann, glaube ich, mit 17 oder so gestorben. Naja, dann hier noch eine neue Shop. Es gibt zwei neue Skins. Einmal hier der Raubter Mann und die Raubter Frau. Finde ich jetzt nicht so nice. Ja, Creator Code, Ariane Fan nicht vergessen. Einfach viel drücken und dann Ariane Fan eingeben. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Hallo. Hallo. Bambi 2000X. Hallo. Ist hier irgendwo eine Pump? Ist hier irgendwo eine Pump? Das ist hier. Ist hier irgendwo in der hochschlibe. Hier ist hier oben. bis hier oben. Also, es ist hier oben. Was? Es ist hier oben. Also, es geht hier oben. In der Okay, da vorne waren auf jeden Fall noch welche. So, von da hat mich aber auch jemand noch angeschossen. Der hat Zweihunderte. Das war clean. So, die Runde fängt eigentlich ganz gut an, deshalb gehe ich schnell mal weiter. Ich würde sagen so Richtung Loot Lake. So, hier ist noch eine Kiste. Nice. Warte, vielleicht sind da vorne Flugzeuge. Dann könnte ich auch direkt weiter fliegen. So, perfekt. Hier sind Flugzeuge. Okay, jetzt muss ich nur noch Gegner finden. Ah. Zwei Leute. Nein, ich wusste es so. Nein, ich wusste es so. So, ich schau mal, ob der oben noch irgendwas hat. Ah, da ist noch mein Flugzeug. So, ich schau mal, ob vielleicht enttilted welche sind. Von wo? Ah, nice. Was ist das für eine Runde? Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt fast jeder Schuss war ein Pumper-Shot. So, ich gehe mal direkt weiter nach Dusty. Oh, hier. So, ich gehe mal direkt nach Dusty. So, ich gehe mal direkt nach Dusty. So, ich gehe mal direkt nach. Also, was geht hier ab? So, ich muss jetzt schnell den Schak-Schak nehmen. Noch sieben Kills bräuchte ich zu den zwanzig. Äh, ja, die Minis. Oh fuck, die Zone. Was macht er da? Sein Name. Oh fuck, das sind zwei. Ja, irgendwo hat noch A davon. Alter, da sind wieder zwei. Ja, hier die nächsten zwei. Nein. Sein erster Kill, der hat mir einen 200er gegeben. Er war so One-Shot und er hat mir einen 200er gegeben. Und dann noch sein erster Kill. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich Random Doors aufnehmen. Und ich hab die Runde schon aufgegeben, weil der eh nicht geredet hat. Und dann wurde es doch noch eine relativ gute Runde. Leider hab ich die nicht gewonnen. Das hätten eigentlich easy über 20 Kills werden können. Aber, ja, ich hatte halt ein bisschen Pech, wie ich gestorben bin. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.